Hier sind wir jetzt an so einem kleinen Hafen. Hier kann man so ein kleines Axelboot bestellen. Ein Glasboot, das mit rausfährt. Kann man zwischendurch nochmal schnell machen. Und hier oben geht immer noch die Mauer vorbei. Da ist die Mauer. Und die geht ja zwei Kilometer einmal ringsrum. Das ist ein Wunder. Das ist die Mauer. Das ist die Mauer. Und das ist die Mauer. Das ist die Mauer. Alles gut.